Hallo Leute, herzlich willkommen! Auf dem Kanal Stano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, ein runder Hausflipper. So, wir legen auch direkt los, indem wir hier einfach mal in meine E-Mails eingehen. Und da sehen wir hier auch schon direkt, zweites Bad nötig. Guten Tag, ich habe ein großes Haus gebaut, in dem mir fürchterlich ein zweites Badezimmer abgeht. Schon eine Woche nach dem Einzug bin ich zu diesem Schluss gekommen und weiß jetzt genau, dass ich es sicher nicht mehr länger ohne aushalte. Neben der Küche gibt es einen Raum, der sich meiner Ansicht nach ideal für ein Badezimmer eignet. Ich glaube, es sind die nötigen Anschlüsse vorhanden. Außerdem müsste die Wände in den Schlafzimmer frisch gemalt werden. Viele Grüße. Okay. Let's go. Dann machen wir das mal. Oh Leute, ich habe so einen Durst. Das glaubt ihr mir gar nicht, ey. Auf jeden Fall, was ich euch sagen will, ist, ähm, ihr kennt ja eventuell mein Roblox-Spiel, beziehungsweise noch meine ganzen anderen Projekte. Ich mache nicht nur ein Roblox-Spiel, ich mache GTA-Server und sowas. Ähm, also falls ihr, ähm, mit bei diesem Projekt mitmachen wollt, dann bewirbt euch gerne, äh, auf dem Discord-Server. Beziehungsweise auf der Website, ähm, die Website, äh, müsste unten verlinkt sein. Wenn nicht, einfach auf dem Discord joinen. Dort seht ihr das dann auch. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie muss hier das weg. Egal. So. Geht weg, okay. Ah, das geht auch weg. Kann ich die Tür verkaufen oder darf ich das nicht? Na doch, darf ich. So, dann habe ich das weggerissen, dann muss hier auch nochmal die Wand weg. Äh, so. Weiß nicht warum hier die Wand weg soll. Aber egal, wir machen das. Wir reißen die Hütte ab. Boah, fast die falsche Wand weggerissen. So, dann können wir das hier einmal wieder verkaufen. Ist hier alles weg. Ja. Fast schon. So. Äh, wir müssen in den Raum. Das soll anscheinend der neue Badezimmer sein. Das neue Badezimmer natürlich. So, Wand fließen. Oh ne, nicht schon wieder Wand fließen. Ich habe keinen Bock auf diese Wand fließen. Das kommt da hin. Dann kommt die. Da und da hin. So, dann machen wir das einmal. Aber immerhin können wir jetzt hier so viele auf einmal machen. Ähm. Warte, das hier genau. So. Also, wir legen hier sehr viel auf einmal. Praktisch. Ah, jetzt brauche ich schon wieder eine neue. So. Okay, da. Zack. Und. Zack. So. Ne. Hier muss ich jetzt einmal machen. Keine Ahnung, warum der da nochmal irgendwas anzeigt. Zack. Zack. Ist sehr schnell leer, muss ich sagen. Na, wir kommen gleich neue holen. Hier ist die Wand. Ja. So. Ist ja schon fertig. Okay. Dann kann ich das hier schon mal weg. Weg damit. Dann machen wir hier. Zack. Einmal. So, mir fehlt wieder. So. So. Perfekt. Aufdrehen. Ne, ich will eigentlich nur hier verputzen jetzt. Zack. Und dann hier noch. Und dann hat sich das erledigt. So. Perfekt. Weg damit. Nehmen wir das hier nochmal auf. So. Als erstes kaufen wir uns dann, warte mal. Aufgaben. Bodenfließen. So. Jetzt. Perfekt. Jetzt können wir die Toilette kaufen. Hm. Da. Die Toilette. Welchen? Ne, holen wir die hier, oder? Sollen wir doch lieber eine andere holen. Kompaktes WC. Keine Ahnung, was das für ein WC sein soll. Ach ne, hier muss ich hin, genau. Äh. Ja, packe ich da hin. Einen da. Einen da. Einen da. So. Hm. Das müsste das Batschbecken sein. Da nehmen wir einfach das hier. Okay. Ne, gut. Das passt überhaupt nicht. Dann holen wir doch lieber das. Hätten wir auch die Toilette verholen können, aber egal. Verdammt. 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 So. Zack. Zack. Und. Fertig. So. Dann da die Dusche. Die Dusche werde ich wahrscheinlich wieder... falsch anbauen. Hm. Da war es gerade grün. Da war es gerade grün. Da war es gerade grün. Warum kann ich da nicht dahin platzieren? Ah. Hier kann ich es hin platzieren. Ja. Dann platziere ich es einfach. Also ich baue es einfach jetzt hier an. So. Steht die mitten im Raum. Perfekte Dusche. Scheiße. Muss ich einfach sagen. gehen. Also da würde ich auf jeden Fall duschen gehen. Ja. Zum Spiegel hin. Da. Und dann haben wir alle Aufgaben erledigt. Ne. Hm. Ich glaube irgendwo hier muss ich streichen. Gäh? Ne. Hä? Hier. Nein. Soll ich denn jetzt make'n to coin on? Gern mal in irgendein Zimmer. Hier. Ich soll hier streichen. Das mache ich doch liebend gern. Ne. Ich brauche nicht so groß. Zack. Streichen. Let's go. Dann streichen wir mal. Achso. Ha. Da wäre die Farbe schon. Warte. Warum ist das denn jetzt hier schon wieder so eine andere Farbe? Seht ihr das? Hier ist es so dunkel an. Da auf einmal so. Hey. Check ich das? Ne. Deswegen dem Licht. Ich glaube deswegen dem Licht. Weiß ich nicht ganz. Jetzt ist es hier wieder dunkel. Hä? Ich glaube ich hätte doch mal eine L holen sollen. Weil das reicht nicht. So. Man sieht absolut gar nix. Okay. So. Fertig. Tschüss. 77%. So. Also hier war ich drin. Mal hier mal auf. Hier war ich auch jetzt drin. Das ist das Badezimmer. Okay. Hier soll ich noch streichen. Dann streiche ich hier nochmal. Hm. 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 Streiche doch gerne. Hm. Witzige ich auch. Dass man hier einfach schlafen kann. Dass man hier einfach schlafen kann. In einem fremden Bett. Baden. Aber ist aber auch so schnell leer. So, jetzt aber. So. Neuer Fähigkeitspunkt. Streicher schneller. Ja, definitiv. Wow, ich streiche sehr schneller. Warum ist das jetzt hier schon wieder so anders? Bade. Ist nicht richtig. So. Zack. Als ob die Farbe schon leer. Nun gut, dann holen wir noch mal eine. Die packen wir aber diesmal da hin. Äh, ne, ich will es nicht reinigen. So, 90. So. Hier noch. So. Fast fertig. So, dann war ich jetzt hier auch drin. Hier war ich auch schon drin. Ey, in jedem Schlafzimmer soll ich streichen, oder wat? So, warte, dann mach ich das lila und das lila. Also, warte, ich mach das jetzt erstmal. Jedem Schlafzimmer muss ich jetzt hier streichen, Alter. Was ist denn das für ein Kack? Kann ich verkaufen? So. Kann ich verkaufen. So. Zack. Wo mach ich hier oben weiter? Man. Ich bin an dieser blöden Ecke nicht dran. Muss ich leider verstellen, sonst komm ich hier nicht dran. So. Oben noch. So, Leute. Und das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Wir haben jetzt hier erfolgreich alles gestrichen. Und wie gesagt, wenn ihr euch gerne bewerben wollt, dann tut dies. Ich würde mich sehr freuen. Jetzt habt einen traumhaften Tag. Auf rein, also euer ist und so. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.